Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battle Road PUBG. Und ich bin alleine unterwegs, habe ich gerade gesagt? PlayerUnknown's Battle Road? Ja, Road sind es ja auch, ja. Passt schon. Na komm, steigen wir aus, fliegen wir mal da hinten hin. Die Städtele. Äh, habe ich schon gesagt, dass ich alleine unterwegs bin? Ja. Passt schon. Oh, was ist denn da mit dem Felsen? Da rechts kann man da drauf. Stimmt, eine sehr exponierte Lage. Fliegen wir mal hier in das kleine Städtchen. Kenne ich noch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, was das ist. Ich sehe eine Kirche. Jemand hat mir gesagt, ich sollte schaukeln. Hui. Hui. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt nichts. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie schaukelt man hier? Hilfe. Hilfe. So. Ha. Ich bringe mir wahrscheinlich gleich wieder alle Beine. Uah. Uah, 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 uah. Na bitte. Ist doch fast perfekt. So, alles mitnehmen. Das habe ich schon. Oh, ausrüsten bitte. So. Spannend, wie weit wir kommen. Also ich jetzt hier so speziell alleine, meine ich. Ja, ist doch mal cool, wenn hier ein paar Waffen liegen würden. Und nichts gegen den Rucksack und so, aber... Mit einer Gasgranate hier. Oh. Oder Flashbang. Ich habe keine Ahnung. So, was ist das jetzt für eine Waffe? Ein M16. Okay, die kann man kennen. Dann wollen wir nochmal. Ein bisschen umgucken. Hier habe ich doch noch irgendwas übersehen. Genau, hier. Noch eine Räumchen. Ah, jo. Altmodische Baseballcap. Baseballcopy ist immer gut. Dubidubidu. Dubidubi. Das war ziemlich nah. Was ist hier los? Was ist los mit uns? Dubidubidum. Komm hier rein. Moment, Moment, Moment. Ich bin doch gerade hier reingegangen. Das ist nicht durch die Tür durch, wo ich durchgekommen bin, oder? Habe ich die Tür zugemacht? What the fuck? Ich habe die Tür doch gar nicht zugemacht hinter mir. Oder? Ich bin doch guar nicht. Okay, ich bin doch. Ich bin doch gleich. Da oben tut einer rum. Ah, komm schon! Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Klar, ich habe gesehen, dass er mich sieht. Ich habe so spät vielleicht gemerkt, dass ich vielleicht mal zurückschießen sollte. Furchtbar. Ich frage mich jetzt allerdings, ich habe nicht sofort losgeschossen, weil ich der Meinung war, dass ich ihn nicht treffe aus der Entfernung. Er hat mich anscheinend getroffen. Ganz offensichtlich sogar. Vielleicht hätte ich einfach mal losschießen sollen. Blöd, 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 blöd. Tja. Player announced battlegrounds. The ultimate life and death fight. Meistens bin ich mehr death als life. Aber immerhin ist das hier ganz lustig. Jojojojo, hier finde ich auch mal gute Waffen direkt am Anfang. So, hier. Wo haben wir denn hier schönes? Ja, Pfeile, die will ich nicht. Ha, ha. Hallo? Arschloch. Nimm mir meine Muni weg. Blöd. Verdammt. Mann, 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 ey. Das ist ja nicht so, dass ich ihn nicht gesehen hätte. Das ärgert mich schon wieder. Naja, Spiel ist einfach nichts für mich. Lars, stirb. Mal ein Pfund mit aus dir. Vielleicht auch zwei Pfund, je nachdem. Da ist nichts dran an dir, du dünner Hering. Wo kommen wir denn jetzt? E8, E8, E8 von da oben. Ich warte mal ein bisschen, bis ich aussteige. Dann fliege ich da hinten zum Kernkraftwerk. Oder zur Küstenstadt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und jetzt alle. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Irgendwas mit Sorgen und so können wir uns morgen besorgen und so. Ich renn mal zum Bauernhof hin. Vielleicht finde ich dort eine Mistgabe. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ihr merkt schon, ich bin unheimlich textsicher. Ballert und knallt schon wieder. Hier kann eigentlich keiner sein, oder? Nein, überhaupt nicht. Tür auf, tot. Ne, doch nicht. Äh. Hier liegt allerdings auch nichts. Oh, Pistole. Juhu. Motorradhelm. Immer her damit, immer her damit, immer her damit. Schnellwechsel, Magazinköpfe für die Waffe nicht benutzen. Aber bitte nachladen. So, das ist ja schon mal ein Anfang. Übrigens. Die eine erste Folge. Von PUBG. War mein bisher einziger Kill. Ja, also es hat sich da immer noch nicht viel getan. Kill mäßig. Aber dafür kann ich auch die letzten Zuschauer vertreiben mit meiner Singerei. Ich meine, es hat so alles seine Vor- und Nachzeile. Hallo, jemand zu Hause? Hm. Nein. Okay, hier liegt aber so gar nichts rum. Das ist mal total super. Ich kann den Aschenbecher mitnehmen. Hm. P92 habe ich schon. Das mit und eine Sichel. Äh. Ja. Keine Ahnung. Was mache ich mit einer Sichel? In dem Spiel. Hm. Das ist wirklich nett. Ist man hier schon drin? Nein. Okay. Dann werden wir uns mal kurz orientieren. Ich bin, äh, weit ab vom Schuss. Ich muss nach Süden. Auf dem Wasserturm. Weiß ich nicht. Das bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir hier hochgehen. Da oben ist das Straße. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Hier, Straße und so. Hm. Möglichkeit wäre es natürlich auch, mich einfach irgendwo in irgendeinem Haus zu verstecken. Und dann immer abzuwarten. Und so mit im Rang aufzusteigen. Klar. Das ist total. Nimm das doch mal mit dir. Hilfe. Geht nicht? Keine Ahnung. Egal. Teil halt nicht. Uh. Mikro UC. Warum kann ich die 9mm Munition jetzt nicht mitnehmen? Hallo. Hallo. Ich bin ein Rucksack oder bin ich zu doof. Nicht genug Platz. Hahaha. Ja, großartig. Brauche ich also vielleicht mal einen Rucksack. Oh. Uhuhuhuhu. Schutzweste. Ähm. Das nehmen wir mit. Nehmen wir das Sturmgewehr mit. Kaliber 12. Vertikalen Handgriff. Hm. Kann ich den irgendwo dran schrauben? Ne. Schnellwechsel kann ich da dran. Das ist gut. Taktisches Lager. Nicht. Okay. Immerhin habe ich einen schicken Helm auf. Und muss nach Süden. Wo ist denn Süden? Ne. Gegenüber von dort. Ich weiß. Boah. Klar steht hier bei uns. Noch einen Motorradhelm haben wir. SKS. Ist die was für gut? Keine Ahnung. Ich hätte gerne einen Rucksack. Das wäre doch mal was. Eine Pfanne bauen wir nicht. Ich habe ja eine tolle Sichel. So. Jetzt aber. Richtung Süden. Da 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 da. Äh. Da sind wir jetzt zu viel Zeit. Ich weiß es nicht. Rucksack. Nice. Irgendjemand kommt hier. Die Frage wo. Ich höre Schritte. Ja. Ja klar. Nimm mal ein Zeug. Tu dir ganz wang an. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Sind alles pro. Ist ja alles hier 12, 13 Jährige. Die hier rumzocken. Und die ist natürlich voll drauf. Gar keine Frage. Ich meine. Ich gehe ja stark auf die 40 zu. Und habe nicht mehr die Reflexe. Wie so ein junger Spund. Aber bei der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Also bitte. Ich komme um die Ecke. Ich sehe ihn. Ich habe noch gedrückt. Das hört man vielleicht sogar auf dem Video. Aber ich konnte keinen Schuss mehr abgeben. Der war einfach zu schnell. Der ballert mich weg. Der schießt auch nicht mal daneben. Das ist genau Headshot. Habe ich einfach nur so viel Pech. Ja. Hoffentlich brichst du dir die Beine. Wenn du runterspringst. Nö. Ich tue es natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal. Dass man nach oben vom Balkon runterspringen kann. PUBG. Liebe Zuschauer. Ich mag es. Aber ich kann es einfach nicht. Naja. Was soll es. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht singe ich dann auch mal. Könnt euch mal einen Song wünschen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Was ich singen soll. Ja wenn ich auch nicht spielen kann. Dann kann ich ja irgendwas singen. Gut. Singen kann ich auch nicht wirklich. Aber macht ja nichts. Vielleicht komme ich ja trotzdem bei euch in den Recall. Also. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.